Hallo und herzlich willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Wir sind ein interreligiöser Podcast in Kooperation mit dem House of One. Und worum geht es? Wir sind drei Frauen aus drei Religionen und reden über unseren Glauben, unsere Kultur und tauschen uns aus, streiten miteinander und bleiben trotzdem im Gespräch. Und wer sind wir eigentlich? Ich bin Kübra, bin 25 Jahre alt, bin islamische Theologin und stehe auf Sparwitze. Ich bin Rebecca, 24 Jahre alt, Jüdin, studiere Judaistik und habe einen Blaugurt in Jujutsu. Und ich bin Maike, ich bin 31 Jahre alt, ich bin Christin und auf dem Weg zur Pfarrerin und ich liebe Jesus, Kitsch und Kim Chi. Für wen machen wir das? Und wer soll das dann eigentlich hören? Naja, alle, die gerne andere Perspektiven kennenlernen wollen und wir machen das natürlich auch für uns. Ja, weil interreligiöser Dialog nicht nur auf Podien stattfinden soll, sondern in den Alltag gehört. In die Cafeteria, in die Bahn oder jetzt mit uns in dein Ohr. Und warum ausgerechnet aus Berlin? Bekannt eigentlich eher für Techno und Party? Berlin ist vielfältig und wir ein Teil davon. Und weil hier etwas Einzigartiges entsteht, ein Haus für drei Religionen mit einer Synagoge, einer Kirche und einer Moschee. Alles unter einem Dach und einem Raum, der für alle offen ist. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr das auf unserer Website www.haus-off-one.org. Da gibt es auch unseren Podcast rund um Religion und Glauben. Den könnt ihr auch finden, überall wo es Podcasts gibt und dann ganz fleißig abonnieren. Und natürlich könnt ihr uns auch unter houseofone auf Instagram folgen. Aber jetzt haben wir genug geredet, denn wir wollen ja nicht nur unter uns bleiben. Wir wollen auch wissen, was ihr denkt und was eure Fragen sind. Bist du auch schon mal im Gottesdienst eingeschlafen? Glauben wir alle an denselben Gott? Verschwinden in einer Moschee auch mal die Schuhe? Und kann man jüdisch sein, ohne religiös zu sein? Jede Frage ist erlaubt. Wir wissen nicht alles, aber wir lernen gern mit euch dazu. Schickt eure Fragen und Kommentare an 331-podcast-at-house-off-one.org So bleibt eins übrig. Daumen hoch und los geht's!